SLOOOOOO! Das ist unsere Zugabe für heute Abend. Jetzt singe ich mal ein Ständchen, weil ich eigentlich bin ich voll der gute Gitarrenspieler und auch Sänger. Klassische Gesangshutbildung. Ich darf nur nicht singen, weil ich ein Schlagzeug gespielt habe. Aber das Lied geht einer ganz speziellen Frau, wird das gewidmet. Ganz speziellen Frau. Kurt mit deiner Mutter. Jetzt wird ruhig sein, ich muss mich konzentrieren. Das ist gar nicht leicht. Ich höre mich nicht. Schau. Ah, so Simon. Du bist so ein Trotter, Simon. Ja, das ist lustig. Ich habe ihn überschrieben. Trotter. Ich hatte eine Erektion. Was ist für mich? Was ist für mich? Was ist für mich? Was ist für mich? Ich bin froh, dass ihr wegen mir hergekommen seid und den wegen dem. Ich bin froh, dass ihr wegen mir hergekommen seid und den wegen dem. Ich bin froh.